Ich bin Teresa Lanz, ich bin zuständig für das Design in der Firma. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, bestelle Stoffe, kreiere Stoffe, kreiere die ganzen Kollektionen, ob es Herren oder Damen oder Kinder sind. Wenn die Schütze links gebunden ist, ist man nicht vergeben, also nicht verheiratet und wenn man rechts gebunden ist, ist man verheiratet. Ich ziehe ein Dirndl an, egal ob ich jetzt am Samstag am Markt gehe oder in die Arbeit gehe oder auf einen Cocktail, auf eine Terrasse gehe oder in die Festspiele. Also ein Dirndl kleidet jede Frau einfach optimal, egal ob groß, klein, dick, dünn. Ein Dirndl ist einfach das weiblichste Kleidungsstück auf der Welt.